Ich zeige noch die Zeit für ein musikalisches Intermezzo, und zwar etwas ganz Besonderes. Kurt Ott ist nämlich einer der besten Alphornbläsern in der Schweiz. Ein sehr vielseitiger Alphornbläser. Er hat schon mit Pepe Lienhardt gespielt. Er geht in der nächsten Woche auf Tournee nach Amerika. Er ist vor allem mit Unterhaltungsmusik zu Hause. Aber seine geheime Liebe ist natürlich Volksmusik. Wir hören ihn jetzt zusammen mit dem Kaiserkörli Kurt Ott. 1 0 1 0 ein, 2 0 1 0. 2 0 1 UNTERTITELUNG ORGAN PLAYS UNTERTITELUNG 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 UNTERTITELUNG